Die Asteroid Galaxy Tour aus Dänemark mit Dynamite. Die Band spielt am Donnerstag, den 7. Oktober in Molotow. Und ich habe den Band-Namen früher nicht so richtig kapiert. Ich dachte, die Band heißt die Asteroid Galaxy und dass die Band auf Tour sei. Aber die Band heißt schon die Asteroid Galaxy Tour. Und die Band ist tatsächlich wieder auf Tournee. Es ist immer wieder ein bisschen verwirrend. Und die Gruppe spielt, wie gesagt, am Donnerstag ihr Molotow-Musik aus Dänemark. Und das neue vierte Album ist in Arbeit. Es gibt schon eine neue Single und das war die Single Dynamite. Und es ist auf jeden Fall eine der originellsten Bands aus Dänemark. Mit einer lustigen Soul-Funk, so psychedelischen Mischung. Und wieder Musik aus Dänemark von Penny Police. Und ich hatte die Single Mirror Mirror schon in der Reeperbahn Festival Special Sendung gespielt, um auf das Konzert hinzuweisen. Und nun ist das Album endlich veröffentlicht worden, Be Lucky. Und sie heißt natürlich nicht wirklich Penny Police, sondern Marie Feldstedt. Und es ist sensibles, dramatisches dänisches Songwriting. Hier ist Penny Police mit dem Titelstück, Be Lucky. Musik Okay.